So, hier sind wir in der Präsidentenspeed vom Royal Palm. Hier der Eingangsbereich, dann hier der Wohnbereich. Super schön alles zurecht gemacht. Dann hier draußen wirklich super tolle Liegfläche. Man muss die Suite überhaupt nicht verlassen. Ganz, ganz toller Blick hinaus aufs Meer. Und dann gibt es zwei Master Bedrooms, die ich euch schnell zeigen tue. Und zwar sind es jeweils hier vom Eingang links und rechts. Großes Bett. Und dann Bad mit Badewanne, zwei Waschbecken, Ankleidezimmer. Und das Ganze gibt es hier zweimal in der Präsidentensuite. Und die maximale Belegung sind vier Erwachsene. Und dann? Ja. Und dann? Und dann?